um ja hallo und herzlich willkommen hierzu Arma 3 wieder auf dem Server auf dem englischen Server sind wir hier wieder ich hab grad nicht zur Hand aber steht in der Videobeschreibung ähm mit dabei ist diesmal der Smokysnake der Flixman der Galgenvogel und gleich wird noch erwartet der John Wick ja wir sind schon am Flughafen was seht ihr wir haben eine Folge mal gestern gespielt um ein bisschen hier rein zu kommen damit ihr uns nicht nur losen seht also mich und es gibt eine neue Grafikkarte ich weiß nicht ob es zu merken ist für euch wenn ja schreibt es gerne mal in die Kommentare und äh wir sind jetzt hier am Flughafen haben eine Party gemacht ja da hinten wird geschimpft ohne freiwillig nur noch ein Hälter so nehmen wir Flexman ja Dankeschön hast du schon geschickt? weil ich nichts bekommen wir kommen auf den Boden da liegt die Nachdrehbrille achso ja okay so ja wir haben auch hier schon ein Visier das heißt wir können so machen muss man eben gucken ah so ich glaube hier was ist jetzt der Plan wenn ich den Autotip das nicht weggekriegt was hast du gesagt gehabt habe ich irgendwas gesagt gehabt nein ich weiß Party klappt freue mich ja wir müssen ja nur man muss nur wissen dass man das erste Mal einschalten muss dass man gesehen wird ne und danach das ist glaube ich gar nicht mehr das Problem was würdest du sagen was machen wir mit Fahrzeugtechnik oder Jackstar Race mit dem Trecker ne wir können natürlich auch alle uns noch 2000 sparen und dann fahren wir alle mit Trecker rum natürlich so Erdbeben oder ist das das Gewitter ja das ist gut ja das ist gut ich bin ja hier ein bisschen auf den Dächer rum ach und zwar okay okay weil ich bin ja sehr geprobt am Ritter und ich bin ja auch auf die Brüte und dachte ja die sind schon mal größer die wollen seitdem aber ich weiß ob die dann unten irgendwo in der Schraube oder was keine Ahnung aber ist da keine irgendjemand ne irgendwas ja wie viel Geld hast du ich hab ne Kreissäge achso 38 auf der Hand und boah na ich guck mal ich bin locker rein 6000 auf der Bank okay dann hast du ja die 2000 dann brauchst du nicht gehen das ist richtig so ich bring mal ne Kreissäge mit also hier so ne äh Leidenschneider nennt sich das Landage ja klar ah wills mir nicht die Weste gehen? ne 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 jetzt darf der neue Weste oder? ja heute war die beste Westige von dem Spiel die beste Beste? Level 6 Level 6 6 oder? das ist nur 3 äh von ner Person genommen oder? ne ne lag rum lag rum lag rum ja und los ja wir wissen ja dass Vogel cheaten kann ja ja auch bis ich gestorben bin achso du hast du die gleiche oder? ja ja jetzt will er die nicht mehr rein cheaten oder? äh cheaten wie gesagt der Server gehört ja nicht uns ist ein englischer Server die genaue Beschreibung liegt in der Videobeschreibung hab ich geschossen statt äh 360 fps so ist es schön bleibt so ja hab mein Chris geschrieben dass man mal ein bisschen rein holen soll ja ja kannst du ihm sagen überall wo kein Schädig kann gerannt werden? naja ein bisschen diplomatischer ne er könnte überall wo kein Schädig ist gerannt er könnte überall wo kein Schädig ist gerannt also heute haben wir ja bewaffnet heute kommt keiner in den Test aber wollen den Tag nicht vor den Abend loben die Ecke wo wir gleich mit euch hingehen da kommt genug aber dementsprechend verdienst du halt auch so dein Geld ne weil du da den Loot dann kriegst und so auf der Map bewegt sich ein lilaner Punkt Richtung Terminal ja Schütze nennt sich Mann echt wo siehst du den Punkt? rechts vom Terminal der Punkt verschwindet langsam ich hab halt nur nicht so nah am Terminal hier irgendwelche NPCs oder so gesehen feindliche was das? was? Tabel Generator Kick was ist denn hier? war gerade am Wasser war er neben mir wo war der drinnen? war gerade am Wasser wohin waren wir schon irgendwie gespawnt ich weiß gar nicht ob ich jetzt ne ich glaub nicht sehr schön ich glaub er für den Baseball gebraucht genau seid ihr immer noch da in dem Haus? Terminal erst mal rausgeguckt im Wetter oder so ja es gibt kein falsches Wetter es gibt nur falsche Kleidung ja ich hab nen Gilly der wird klitschnass nen Gilly dann lass den noch drin ok ja der war ganz flach so ich kann jetzt muss aber nicht auch für Essen mal trinken alles gut danke ja also ich bin sehr zufrieden mit der Grafik heute grad das da so schön dass wir am Flughafen sind wo ja ein bisschen mehr ist der da müssen wir noch mal gucken weil da kommen die Gegner hier ist glaub ich ein Safe-Bereich ne? am Flughafen ja kannste da auch spielerschießen unterwegs passiert nix ja klar wie immer ne schießt ja auf den PC und ich bin in dem schussfeld gerank weiß und der ist oben kurze Info vom Chris zockt schon mal bin am Essen finde euch dann gleich ok er will uns finden nehmen wir uns so hinten ja er wird uns auch finden ah ne bestimmt wir sind ja noch keine Family erstmal nur Party aber die Party ja auch ja wird ja auch klar machen wir dann hier Truckdoor Race oder oder ich hab keine 2000 ich hab keine 2000 ich geb die 2000 Steffen ok dann sieht das bestimmt cool aus hier auf Münsterland TV kann ich auch? ja kann ich auch? und dann ne genau dann machen wir das so Steffen kommt grad Richtung Flughafen ja so ein bisschen also ich bin hier noch ein bisschen am looten ich hoffe dass ich irgendwas finde aber irgendwie klappt das alles nicht gleich mit dem Traktor ja ich fände nur die Gebäude ein bisschen ab Sollen wir denn hier Benefiz machen oder machst du das alleine? was? naja du nicht Steffen sondern der Smokey der reiche Mann reicher Mann reichster Mann von altes hier muss ja einen Sinn haben ich bin nicht der reichste wenn du mal die Gebäude hinten guckst ne diese eine Turm der kostet 100.000 den sie hingestellter die ganzen anderen Anbau-Teile kosten auch 10.000 pro Teil ja also die gehören aber nicht zu uns ne aber reichste will ich nicht ja dafür das wäre ja übertrieben wenn du nach zwei Tagen hier schon reichste auf dem Server wärst oder bei Plogo ist halt der Hubschrauberplatz dann mit dem Hubschrauber also sag mal Steffen warum kommst du denn jetzt nicht zum Velike Trader damit wir oder? ich komme doch jetzt heile mit weile ja der Smokey rennt auch dahin ich renne hinter Smokey her der Geigenvogel kommt auch noch mit weißt du wir entfernen uns hier alle was ist das denn? ja ja okay ich war das erste Mal im Leben auf 62 FPS wuhuuu hast du ein Screenshot gemacht? ne gerade aber hast du ja auf Video ne? ja auf Video genau ja einmal auf 0 und dann gehst du los was tut er dafür wer ich? hm Piloten habt ihr denn für den Pfeiler Fälle Duck Tape dabei? ne ich glaub doch nicht ich glaub ich hab so was ich hab die Spritzen noch drei Stück wir werden überleben ja die kannst du in den Traktor reinschmeißen das darfst du nochmal 1200 ja weißt du wie viele ich schon in dem Auto drin reingeschmissen hatte? ja aber ich hab ja gleich eine eigene Stunde das fahr ich ja dann kaputt kann sich viel kaputt fahren 45 km ne der Pfeil war 80 hat aber nur 600 was hast du ab? 600 km der hat mehr der Traktor? Traktor 1200 das war gar nicht so schlecht zu finden oder? brauchst du auch anfangs ja wir müssen nur mal gucken ob wir den irgendwie vom Flexman getrosselt kriegen äh ich kann mir den selber draus hern ob ich mir den witzigeren Traktor echt gibt's da noch einer? echt? hier ja gut komm bitte her nein da ist der Vogel hier liegt ein Geldsack komm rein dich ja ich renne perfekt hab ich genommen 2000 viele Fähne Duck bitte so Traktor Traktor der andere sieht auch lustig aus unten Code eingeben dann kannst du auf kaufen drücken da auf diese Push Chinese oder wie das heißt da ja Pushes Now das hat natürlich jetzt jeder gesehen hier in der Aufnahme aber ist egal ja wir haben ja weiter so einmal auf die Außenansicht ach so warte mal das kannst du das kannst du auch unterbinden in der Settingbarne wenn du mal bitte auf den auf das Tablet gehst Tablet 6 dann More so nochmal zurück weg More Settings ja und dann ist Masquerade PIN Code Perfect for Streamers ah ok das ist jetzt eh zu spät Masquerade ok ok dann sollte also ich verstehe das so dass es dann wohl verdeckt wird ok wir werden es sehen sehr schön die Tracker Gang ist da also es ist da äh von der Schatz sprich mal leise alter alte ist dann die richtige grammatikalische Wahl äh ich will jetzt ja nicht äh personifizieren ach so hast du doch indem du gesagt hast sprich mal leise so dann machen wir mal ein schönes Screenshot wo sind sie alle da fehlt noch einer einer fehlt noch extra komm mal vor da hab gar nicht ein schönes Foto gut gut sehr schön vielen Dank ja wo fahren wir hin in die Militärweite ok Smoky fährt vor so die Tracker Gang Münsterland TV unterwegs kann man hier auch null drücken ne da schießt irgendjemand sehr schön das sind alle Waffen und Militär ja ja was hab ich gestern noch alles gefunden so ein Traktor wie den wir jetzt fahren hab ich gefunden ich hab den äh was hast du dafür bekommen? für den hier noch vier äh quad noch gefunden zwei stück quad 500 dann noch ein Auto gefunden mit dem wir gestern unterwegs waren was da explodiert ist ja hab ich auch nochmal gefunden das gab sogar 1000 12 das ist cool also fürs nichts tun einfach mal ein Auto wegfahren kurz und dafür gehen ist das da vorne wo die Rundungen sind oder? ja ist da eigentlich die Zentralbank nein wir haben vor die V4 was die Rundungen das ist Militärgelände läuft vor uns grad klein das brauchen auch immer wieder äh Zombies halt gut nach ne sehr gut die auch gut diesen Doktor äh äh Stäbe da droppen was Stäbe? blocken die? äh droppen? äh doch dort achso die Dinger ja der gibt's gut Geld für aber die kannst du ja auch gut gebrauchen 200 Bucks? ja wenn du zwei stücke in den Traktor reinschmeißt mehr brauchst du wieso erstmal nicht den Rest den du findest kannst du verticken weißt du wie ich mein Geld gemacht habe damit und äh Ducktapes Ducktapes hab ich drei Stücke im Traktor drin und den Rest hab ich verkauft Ducktapes bringt 16 da außen dieses Doktor Ding da bringt 200 Bucks 2 ist da einer auf mich? auf dich persönlich nicht aber in der Militärbasis hab ich gerade ja Leuchtschutz Munition gesehen der noch da vorne rum da vorne ist auch ein Spieler aussteigen oder? ließen die nicht die Traktoren kaputt? ja wie gesagt das ist ja ein Spieler das bei dem läuft online rein ah einfach kaputt fahren jungen ist noch einer der wundert sich jetzt auch warum die Traktorgänge auch immer kommt der so weit die aussteigt um ihn locken die lockt man nochmal auch mit dem Dings ne äh im Moment nicht schießt ich muss erst abschließen im Moment nicht schießt ich muss erst abschließen das ist ein Spieler das ist ein Spieler da lass ich die Sachen besser liegen oder? das ist ein Spieler da lass ich die Sachen besser liegen oder? das ist ein Spieler ich glaub ok ich bin so blöde manchmal ja manchmal ja ach scheiße ich muss mal ein bisschen was in den Trecker packen dann ist nichts oder ist ja ich nicht hoffentlich nicht Oberend Inventar wo bin ich da dran ey erst anlockt dann Inventar inventar Alter ich hab irgendein Scharfschützen im Nacken oder so oh quack 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 oh Hilfe boah ich biss mit dem Hain ah danke geilen Kugel so perfekt oh Tusch wieder lehm Ja, warum gibt das jetzt hier alles? Hast du erwischt, Junge? Ah ja, gut, gut. Hier kriegst du Essen, hier kriegst du Wasser, hier kriegst du alles, Waffen und, und, und. Das ist eine richtig coole Position zu geben. Irgendwie habe ich gerade nicht auf mein Inventar hier vom Trecker zugreifen können. Also, wir müssen erstmal wieder aufstehen. Anlock. Dann, äh, Inventar. Boden? Ne, schon nicht Boden, ich will Trecker. Hat der Trecker keinen? Wird mich keiner, oder? Was? Komm ich nicht an den Trecker dran? Hat der Inventar hier? Toll. Ist ja Kiste, oder? Ah, halt, ne? Jetzt passt es. Ist doch okay. Wie geil. Was? Sieht ein AK bei der Nahrung. Ah hier, der hat den großen Rucksack gehabt. Der hat den Berg-Rucksack. Immer mehr da drinnen gibt's. Was ist? Was? So. Hör mal auf. Hör mal auf. Ein Glas. Ein Tater drin, ne? Ja. Geh zurück zum Traktor-Vogel. Ja und hier oben auf dem Turm, wir haben die 22 Minuten voll. Ich hoffe es hat euch gefallen, dann lass den Daumen da. Gerne auch eine kleine Bewertung, ob es sich gelohnt hat mit der Grafikanpassung. Und wir sehen uns morgen in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Tschau. 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 Tschau.